ARD Text im Auftrag von Funk 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 Kaffee Das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall. Weg! 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 Sie ist mir egal, schie So meine Damen und Herren, es ist ein neuer Tag. Und wer ist unter anderem für Elfmeter zuständig? Das ist der Kapitän, die Nummer 10, Finchalz Philipp. Philipp hat das dritte Tor gemacht per Elfmeter. Damit Doppeltorschütze. Und wer ist unter anderem für Elfmeter? Und wer ist unter anderem für Elfmeter? So, wir finden uns schon lange gemacht. So, meine Damen und Herren, Loser-Maskolben gewinnt mit 4 zu 1. So, meine Damen und Herren, loser-Maskolben gewinnt mit 5 zu 1. So, meine Damen und Herren, loser-Maskolben gewinnt mit 5 zu 1. Bis zum nächsten Mal.